Ich mache eigentlich zum grössten Teil Wartungen, präventive Wartungen, wo wir eigentlich automatisch zu den Kunden gehen und die Lifter betreuen. Ich mache auch Störungsbehebungen. Wenn ich etwas bei einer Wartung finde, wird das gleich repariert. Wenn ein Kunde eine Störung meldet, dann gehe ich möglichst rasch zu ihm. Ich rufe vorher an, melde mich an, gehe vorbei und schaue, dass der Kunde am Schluss zufrieden ist. Dann kommt natürlich noch der Pikettdienst dazu. Das ist vielleicht nicht für alle so. Aber ich mache das ehrlich auch noch gerne, zu Zeiten zu arbeiten, wo auch andere zuhause sind. Dann kommt man auf die Strasse vorwärts. Es ist eine ganz andere Atmosphäre als durch den Tag. Es ist auch immer wieder sehr interessant, weil man auf Anlagen kommt, wo man sonst nicht dazu herkommt, weil das andere betreuen. Es ist eine sehr interessante Arbeit, dadurch, dass wir vom ältesten Aufzug, wie wir hier rein haben, bis zu den neuesten Anlagen, wo die Prozesse gesteuert sind, eigentlich alles sieht. Es ist sehr abwechslungsreich und auch sehr motivierend natürlich. Aber auch herausfordernd, das ist klar. AS bietet seinen Mitarbeitern Sicherheit auf jeden Fall. Schon allein dadurch, dass AS zu einem Grossunternehmen gehört. AS bietet auch seinen Mitarbeitern stetige Weiterbildung. Man wird immer up-to-date gehalten, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Was ist Training 00.000. 1. Was ist Training